Ah, jetzt können wir hier auch drauf gucken. Ich kann easy defend any keep against an approaching army. Das Herz ist wichtig in mein Leben zu meiner Kreation bringen, C-Figure 16. Ein Trill, wie dieser, kann sie über ihre Armour tun. Okay, merkwürdig, dass es nicht übersetzt ist, aber naja, gut. Auf jeden Fall, das Ding kann jede Befestigung gegen angreifende Armeen schützen. Das Herz ist der Schlüssel, um das Ding zum Leben zu erwecken. Also hier dieser Anhänger wird wohl das Herz sein. Der Drill, der Bohrer, kann durch die stärkste Panzerung durchbohren in Sekunden. Okay, crush the legs of... was auch immer, Rabbids. Also die Beine von Rebellen können wir damit brechen, auch schön. Blades for legs. Out of so good wrongdoers. Also die Klingenbeine machen Hackfleisch aus den ach so guten Falschmachern. Keine Ahnung. Gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Ein kraftvoller Arm hat keine Probleme mit Katapulten und... ...Lifestock, die genug genug sind, um seinen Weg zu kommen. Katapulte und lebendiges, ähm, was... was doof genug ist, in die Nähe zu kommen, zu zersmaschen, zu zerstören. Okay, das hier oben ist jetzt wirklich ein bisschen zu zerpixelt. Das hier ist das Herz, okay. Dann gucken wir hier mal weiter. 2 Sounddisks. 2 Sounddisks. Play a special song, that will give life to the Golem. But only under the command of the... ...Conductor. The one who has forged the metal Sounddisks. Okay, also es gibt, ähm, Sounddisks, ähm, Tonscheiben, also nicht Tonscheiben, sondern Klangscheiben, ihr wisst schon, ähm, die den Golem zum Leben erwecken, aber nur unter dem Kommando des Conductors, der die Soundplatten geschmiedet hat. Inside the music box hat. Also, das, das Herz ist also quasi auch das Abspielgerät für dieses Sounddisks, die das Ding zum Leben bringen. Okay. Kann man annehmen. The bass and treble discs. Rotate and plug a beautiful melody... on the... Unleserlich crafted golden strings. Okay, also die Bass- und Hochton, äh, Scheiben rotieren... ...und... ...zupfen dabei eine wunderbare Melodie... ...auf den... ...goldenen Seiten. Na gut, das hier versuche ich gar nicht erst zu lesen. Ach, hier drunter noch. Ähm, Property of Leonardo da Vinci. Besitz von Leonardo da Vinci. Auch schön. Woman... Äh, was auch immer. Secret... Das, das zerpixelt mir gerade zu sehr. Na gut, ich denke mal das wichtigste Wissen war. Entschuldigt, dass wir uns so lange mit diesem Screen hier, ähm, auseinandersetzen. Aber ich habe jetzt mal versucht, das hier grob in, in deutsche Worte zu fassen. Wahrscheinlich wird es übersetzt, sobald ich draufklick. Ne, doch nicht. Aber gut, um es kurz zu machen. Das Ding ist eine Kriegsmaschine, die viele, viele böse Sachen kann. Wir haben das Herz, das hier um den Hals hängt. Das Herz spielt eine Melodie und die bringt das Ganze zum Leben. So meine ich zumindest, das Ganze jetzt verstanden zu haben. Wird das noch relevant sein? Ich weiß es nicht. Ah ja, genau. Wir haben natürlich noch, ähm, unser Tagebuch, klar. Na gut. Hier geht's weiter, okay. Ich hab Blaubart seinen Müll... Also ich gab Blaubart seinen Müll und schon war er fort. Das U-Boot ist völlig unbewacht. Ich kann ihn durch das Fenster sehen, wie er an seiner Kriegsmaschine tüftelt. Wenn ich nun in den hinteren Teil gelangen könnte, sehen wir, woraus diese Piraten gemacht sind. Hier gibt es einen Computer, wahrscheinlich voller geheimer Daten und... Ist das Tic-Tac-Toe? Mit was für Piraten hab ich's hier zu tun? Tic-Tac-Toe? Tic-Tac-Toe? Wo? Psst. Hier spricht der Kapitän. Na gut, bringt wohl auch nix. Okay, hier einfach so durchbohren können wir nicht. Wir müssen aber hier in die hintere Tür gelangen. Soweit so schön. Hier sind überall irgendwelche Knöpfe und Schalter, die uns nichts bringen. Ich komm mir grade schon wieder so ein bisschen so vor, als würden wir hier in eine Sackgasse treten. Hier unten kommen wir nur zurück. Hier kommen wir nur in den... ...in diesen Detailbildschirm hier. Na komm, geh weg, Inventar. Primitive Piratentechnologie. Ich kann hier aber auch nichts rumstellen. Nur das Bild hier können wir uns ansehen. Das hatten wir ja schon. Das ist Blaubart. Er hat vor, damit sehr großen Schaden anzurichten. Hä? Das ist Blaubart? Na, das hier ist nicht Blaubart. Das ist Blaubart. Nicht das hier. Das hier. Na gut, zurück. 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 Das ist die mechanische Mona. Ah, jetzt können wir da hinten. Nicht, solange Blaubart noch hier ist. Warum nicht? Der hält uns doch jetzt für einen von seinen Leuten. Warum sollen wir da nicht rein? Na gut, von mir aus dann halt nicht. Dann gucken wir uns halt mal hier weiter um. Hier machen wir auch nichts. Warte mal. Vielleicht kriegen wir hier doch nochmal einen Tipp. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne hier an diesen Schlüssel kommen. Also an dieses Ding, was ein Schlüssel sein soll wahrscheinlich. Ah, hier können wir also doch drauf gucken. Deshalb auch die Frage ist das Tic-Tac-Toe. Ich habe ja eben schon mal hier auf den Knöpfen rumgedrückt. Das bringt nichts. Aber wenn wir auf den Bildschirm klicken... Oh. Okay, das hier bringt mir gar nichts. Na gut, dann schauen wir mal. Habe ich ewig nicht mehr gespielt, das Ding. Ich glaube, wenn man anfangen darf, gibt es nur zwei Ausgänge. Man gewinnt oder es gibt Unentschieden. Außer man stellt sich ganz doof an. Na gut, schauen wir mal. Aber bitte nicht auslachen. Ah, der setzt sich direkt schon mal in die Mitte. Mhm. Hm. Das hätte ich machen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Verdammt. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, setzt er hier hin. Klar, jetzt muss ich ihn hier blockieren. Jetzt muss ich ihn hier blockieren. Dann blockiert er mich hier unten. Und dann haben wir ihn unentschieden. Aha. Dann setze ich mich jetzt mal in die Mitte. Dann setze ich mich jetzt mal... ...dahin. Dann setze ich mich jetzt mal... Hm. Dahin. Jetzt hat er verloren. Nein! Ach, verdammt. Okay, ich nehme jetzt auch schon wieder zwei Stunden auf. Ich habe ja gesagt, ich mache die Sessions eigentlich kürzer. Mache ich jetzt aber nicht. Ich will das hier schaffen. Ich wollte nur gerade eine Ausrede finden, warum das gerade nichts geworden ist. So, fangen wir einfach nochmal an. Meh. Okay, jetzt gewinnt wieder keiner. Das ist doch unglaublich. Jetzt mache ich wieder genau das gleiche wie vorher. Ich merke das schon. Oh, warte mal. Das ist nicht genau das gleiche. Wenn ich jetzt hier hinsetze, dann haben wir diesmal wirklich gewonnen. Yay! So, was ist jetzt anders gelaufen? Ich setze wieder in die Mitte. Dann setze ich jetzt... ...dahin. Dann setze ich jetzt dahin. Und dann haben wir gleich wieder einen Unentschieden. Okay, alles klar. Also irgendwie so ein simples Spielchen, aber... ...euer Kerl ist zu doof dafür. Muss ich vielleicht gegenüber von seinem Punkt hier setzen, damit das funktioniert. Jetzt haben wir wieder unentschieden. Okay, probieren wir's mal. Jetzt setzt er dort, ich setze gegenüber. Er setzt dort. Dann setze ich jetzt... Ich denke mal hier wär sinnvoll, denn jetzt haben wir gewonnen. Na gut, dann setze ich wieder gegenüber. Ich weiß nicht, ob's daran liegt, aber... ...hey, vielleicht. Jetzt muss ich ihn dort blockieren. Und gewonnen. Na also. Tür geöffnet. Okay, von mir aus. So, das war's. Die Tür unten ist nun offen. Ja, einfach... ...aufgesprungen. Na schön, von mir aus. Wir haben hier wieder ein Wimmelbild. Also jetzt geht's aber echt Schlag auf Schlag hier. Und wir suchen eine Muschel, eine Spinne und ein Seepferdchen. Na gut, außerdem eine Pistole, ein... Schon wieder ein Bügeleisen, schon wieder ein Sack. Stiefel, Engel, Krokodil. Aber das Emblem hier... Achso, da können wir dann weitergehen. Na gut, hier ist ein Bügeleisen. Ähm, hier ist eine Spinne. Stiefel. Engel, Krokodil, Seepferdchen, Sack. Muschel. Engel. Ein fetter 100 Wattstrahler oder was? Den dürfen wir nicht mitnehmen. Ach, guck mal da. Da werden wir dann gleich dran müssen. Einfach mal im Hinterkopf halten. Seepferdchen. Hier. Das hier. Wir sind unter Wasser und es ist ein Pferd. Natürlich nicht. Okay, Pistole und Sack. Hier ist ein Gegenschirm versteckt, den suchen wir aber nicht. Seepferdchen, Pistole und Sack. Hier, das Ding kann ich auch nicht öffnen. Hier liegt nur ein Schlüssel rum. Und hier ist noch so ein Dings hier, so ein Messgerät. Also wisst ihr schon? Pistole, Sack und Seepferdchen. Das muss doch zu finden sein. Was ist eigentlich mit ihm hier? Können wir den mitnehmen oder was? Hinweise habe ich en masse. Doch nichts zu essen. Was soll das denn heißen? Du willst jetzt aber nicht den Papagei in die Pfanne hauen, oder? Mit Vogelfutter ist alles in Butter. Fresher Rhyme, ja. Okay, Vogelfutter. Aber nicht jetzt. Jetzt suchen wir eine Pistole. Einen Sack. Warte mal, Krokodil. Ja, da oben. Habe ich doch richtig gesehen. Brauchten wir nämlich. Hier geht es nicht runter. Okay. Pistole, Sack und Seepferdchen. Wir sind doch schon auf dem Endspurt. Muss doch irgendwo sein. Da ist das Seepferdchen. Meine Güte, wie die Sachen hier teilweise versteckt sind. Pistole und Sack. Pistole und Sack. Hier ist die Tasche. Ach, das ist der Sack. Eine Pistole. Ein Binokular. Ein Taucherhelm. Ein Stück Abwasserrohr. Hoffentlich nicht bleihaltig. Obwohl beim Abwasser ist es glaube ich auch fast wurscht. Naja, die Wasserwerke werden sich freuen. Pistole, 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 Pistole. Wenn man einen Hund, der gerade pinkelt, beleidigen will, ist das denn eine Pistole? Haha, hahaha, vergesst das. Was? Das meint ihr jetzt aber nicht ernst. Wie soll die da bitte halten? Okay, und jetzt brauchen wir den Kranschlüssel, den haben wir ja schon gesehen. Na gut, alles klar. So, und jetzt sollen wir das U-Boot außer Gefecht setzen. Ich brauche ein Passwort. Nun, wen könnte ich nach dem Passwort fragen? Wieso brauchen wir ein Passwort? Na schön, jetzt sollen wir das U-Boot außer Gefecht setzen. Aber wie?